Wenn du Tipps und Tricks für ARK suchst, dann bist du hier genau richtig und solltest auf jeden Fall dranbleiben, denn ich habe heute 10 Tipps und Tricks für dich am Start, die du auf jeden Fall in ARK wissen solltest. Moin, mein Name ist Nico der Profi und herzlich willkommen zurück zu einem weiteren ARK-Video. Doch bevor es mit den 10 Tipps und Tricks losgeht, einmal eine kleine Sache in eigener Sache. Ich unterstütze heute mit dem T-Shirt, was ich trage, einen Kollegen, der mir auch das Logo für den Kanal gemacht hat und einmal hier der Hinweis-Link zu ihm ist unten in der Beschreibung, könnt ihr gerne im Shop vorbeigucken. Und wer weiß, vielleicht kommt ja auch bald Merch von mir. Aber soviel dazu und ich würde sagen, wir legen los und zwar geht es bei Tipp Nummer 1 um den Fallschaden und wie du Fallschaden vermeiden kannst und deine Dinos nicht sterben, wenn du von einer Klippe runterfliegst. Beispielsweise haben wir jetzt hier diese formschöne Klippe und wir wollen hier irgendwie schnell runter oder fallen runter und dann könnte es ja passieren, wenn wir jetzt so hier runterfliegen, dass unser Dino stirbt. Wenn wir aber rechtzeitig vorher abspringen, nehmen maximal wir Fallschaden und dem Dino passiert eben komplett gar nichts. Das heißt, indem ihr einfach vorher abspringen, könnt ihr Fallschaden vermeiden. Eurem Dino wird nichts passieren, wenn ihr vorher abspringt. Das ist völlig egal, aus welcher Höhe der fällt. Auch wenn ihr euch den hinterher pfeift, da braucht ihr euch immer gar keine Sorgen machen, wenn der aus einer höheren Distanz runterfällt, dann passiert da auf jeden Fall nichts. Ihr könnt natürlich aber weiterhin Fallschaden nehmen, deswegen müsst ihr die Distanz ganz gut abpassen. Aber in der Regel ist das dann nur minimal, was ihr da an Fallschaden erleidet, wenn ihr abspringt. Kommen wir zu Tipp Nummer 2 und zwar geht es da einmal um den Redwood und einmal um Schneebiom. Wenn ihr nämlich mal durch den Redwood fliegen wollt, macht es Sinn, dass ihr euch relativ weit oben aufhaltet, denn in den Baumkronen können Thylakoleos hängen und die werden euch von eurem Flugdino runterziehen. Und das ist definitiv auch mehr ein Versprechen als eine Drohung. Das wird auf jeden Fall passieren, wenn ihr zu tief fliegt. Oh verdammt, oh verdammt, verdammt, wie weit springt denn der? Gut, habt ihr das auch einmal gesehen? Ich wollte euch den eigentlich nur aus der Distanz einmal zeigen, damit ihr wisst, wie das aussieht. Der hing hier an dem Baum und war 100 Meter ungefähr von uns weg, so sah es zumindest eben aus und hat uns über diese Distanz dann vom Flugdino runtergeholt. Also wisst ihr Bescheid, dass ihr da auf jeden Fall vorsichtig sein müsst. Und der war jetzt sogar nur Level 6 und wir hatten eine Lederrüstung an und der hat uns ziemlich schnell platt gemacht. Im Schneebiom gibt es aber etwas ähnliches und zwar heißen die hier Purlovir, glaube ich. Und hier ist der kleine aber feine Unterschied, dass ihr nicht zu tief fliegen solltet, anders als im Redwood. Und das sehen wir jetzt auch schon vor uns. Ihr seht den Marker da auf dem Boden und genau da, die sind eingebottet im Boden, genau da ist er. Und wenn ihr da jetzt zu nah rangeht, dann kommt ihr aus dem Boden geschossen und zieht euch da auch eben vom Flugdino oder vom Reitdino, was auch einmal, runter und dann war es das erstmal auch für euch. Deswegen da auch auf jeden Fall aufpassen. Bei Tipp Nummer 3 geht es darum, wo man Obsidianen finden kann, beziehungsweise wie Obsidianen überhaupt aussieht. Ich habe ja im letzten Tipps-Video schon davon gesprochen, dass ihr euch eine Schere machen könnt zum Beispiel. Und das hier ist ein Obsidianenstein. Den könnt ihr einfach abkloppen und dann bekommt ihr da Obsidianen raus. Jetzt ist die Frage, wo bekommt man das? Ich bin hier gerade am Vulkan und generell können wir mal festhalten, dass die Dinger auf hohen Bergen zu finden sind. Also Obsidianen findet ihr hier rund um den Vulkan auf jeden Fall auch etwas tiefer. Und generell an Bergen, die schon deutlich höher sind als die Hügelchen, wo ihr auch Metall finden könnt. Wenn ihr Probleme mit der Haltbarkeit von Gegenständen habt, dann ist Tipp Nummer 4 für euch etwas, denn euer Dino-Inventar kann als kleiner Kühlschrank fungieren. So hält beispielsweise hier das Fleisch bei mir im Inventar 10 Minuten. Wenn wir es rüberlegen in den Argi, dann hält es hier 40 Minuten. Je nachdem, ob er uns jetzt alles wegfrisst, aber es hält ja schon mal 40 Minuten. Ähnlich sieht es zum Beispiel mit den Bären aus. Das sind etwa auch 10 Minuten, die sie bei uns hier im Inventar halten. Im Argi sind es dann 40 Minuten. Auch wenn wir jetzt hier das medizinische Gebräu zum Beispiel nehmen, das hat jetzt noch eine Verfeilszeit von 7 Minuten. Legen wir es rüber in den Argentavis, haben wir 28 Minuten. Und das ist ja schon deutlich länger als das, was es vorher war. Dementsprechend, wenn ihr damit Probleme habt, legt eure Sachen in den Dino rein. Da halten sie deutlich länger als bei euch im Inventar. Kommen wir zu Tipp Nummer 5 und zwar geht es dabei um Zement. Wo bekommen wir den eigentlich her? Zum einen könnt ihr natürlich Zement craften bei euch. Das ist aber relativ ressourcenintensiv und deshalb könnt ihr zum Beispiel Biberdämme plündern. Biberdämme sehen wie folgt aus. Das hier vor uns ist ein Biberdamm. Einmal aufs Inventar zu greifen und dann habt ihr Zement drin. Könnt ihr mitnehmen, auch Holz, Siliziumpern, Statt in Blumen. Das Holz ist immer drin, sonst bin ich gleich zu schwer, kann ich nicht mehr laufen. Denn das Ding ist, da kommt schon der erste Biber an. Der ist jetzt ein bisschen sauer, weil wir ihm sein Stuff geklaut haben. Deshalb da auf jeden Fall aufpassen und bei dem Holz auch gucken, dass ihr nicht zu viel mitnehmt. Und ihr dann nicht feststeckt und einfach zu schwer seid und euch nicht mehr bewegen könnt. Das ist mir am Anfang viel passiert, deshalb da auf jeden Fall vorsichtig sein. Eine weitere Möglichkeit, um Zement zu bekommen, sind hier die Schnecken. Die könnt ihr euch zähmen. Dafür braucht ihr einen Gemüsekuchen, dann funktioniert das. Und die droppen zum Beispiel jetzt hier hinten diese kleinen Perlen. Beziehungsweise kleine Perlen ist auch relativ. Aber die droppen auf jeden Fall hier Zementpaste. Und wenn ihr euch die gezähmt habt, produzieren die auch in ihrem Inventar eben Zementpaste. Ähnlich wie die Dung Beatles dann mit dem Dünger. Kommen wir zu Tipp Nummer 6 und zwar geht es dabei um Schettin. Wie bekommt ihr Schettin und wie bekommt ihr vor allem viel Schettin? Natürlich könnt ihr zum einen hier diese Schildkruten kaputt machen und abfarmen. Und dann hoffen, dass ihr da irgendwie Schettin rausbekommt. Das ist in der Regel nicht so viel. Ihr könnt auch, wenn ihr sie seht, diese Trilobites kaputt machen. Das sind so Viecher, die aus dem Wasser kommen. Aber davon sehe ich persönlich auch zu selten welche, als dass es sich lohnen würde. Deshalb würde ich an eurer Stelle immer, wenn ihr sie seht oder sie euch angreifen oder was auch immer, diese nervigen Fliegeviecher hier, die riesigen Mücken, nenne ich sie mal, platt machen und auch direkt abfarmen. Denn die könnt ihr einfach mit der Axt aufsammeln. Und da bekommt ihr auf jeden Fall auch Schettin raus. Und gerade am Anfang ist das, denke ich, eine sehr gute Schettinquelle. Denn die nerven doch häufiger mal. Und wenn ihr die einfach immer wieder abfarmen und kaputt macht, wenn sie euch nerven, dann habt ihr auf jeden Fall schon mal genügend Schettin für den einen oder anderen Sattel. Aber es gibt noch eine weitere Möglichkeit, mit der ihr mega vier Schettin bekommt. Wenn ihr zum Beispiel Sättel für einen Bossfight machen müsst, dann braucht ihr vier Schettin. Und das zeige ich euch jetzt. Und zwar könnt ihr dafür in die Sumpfhöhle gehen, wo die ist, habe ich jetzt schon ein paar Mal gezeigt. Und ihr braucht einmal dieses Equip an eurem Körper, damit ihr drinnen keinen Schaden nehmt. Denn die Sumpfhöhle ist giftig. Und dann nehmt ihr euch ein Megatherium in einer Kryo-Kapsel mit rein. Ansonsten bekommt ihr das Megatherium hier nicht rein. Glaubt euch das hier hin. Und dann lauft ihr einfach mal hier durch die Höhle durch und schlagt hier mal ab und zu ein bisschen hin. Und farmt das Ganze mal so ein bisschen ab. Und dann habt ihr auch rucki zucki, ganz schön viel Schettin am Start. Ich habe jetzt hier zum Beispiel den Multiplikator nur auf mal eins. Deshalb kriege ich hier nicht ganz so viel raus. Aber nach einmal ordentlich zu lang haben wir jetzt hier schon 751. Und wenn ihr dann fertig seid, dreht ihr einfach wieder um und könnt dann euer Megatherium entsprechend wieder mitnehmen. Könnt ihr einfach wieder in die Kryo-Kapsel packen. Wichtig ist dabei dann nur, dass ihr aufpasst, weil das Inventar hier liegen bleibt, dass ihr einfach dann das Schettin auch mitnehmt und das nicht in der Höhle vergammelt. Ansonsten war nämlich die Arbeit umsonst. Kommen wir einmal zu Tipp Nummer 7. Und zwar geht es dabei darum, wo finde ich denn überhaupt welche Ressourcen? Ich werde das immer wieder gefragt. Und da kann ich euch einfach mal den Tipp geben. Sucht bei Google nach einer Ressourcen-Map. Ihr gebt dafür einfach ein Arc-Resource-Map und danach die Map, auf der ihr spielt, bei euch wahrscheinlich die Island oder Ragnarok. Und der erste Eintrag ist es dann meistens, dass ist das Arc-Gamepedia. Einfach raufklicken, einmal alles deaktivieren und dann könnt ihr euch hier zum Beispiel anzeigen lassen, wo Crystal spawned, wo Crystal spawned und so weiter und so fort. Das heißt, ihr bekommt dann auf jeden Fall alle Orte einmal angezeigt und das Ganze gibt es auch noch als Spawn-Map, das heißt Arc-Spawn-Map und dann wieder die Island eingeben. Und dann könnt ihr euch hier auf der linken Seite wieder auswählen, welchen Dino ihr dann finden wollt, beziehungsweise welche Kreatur ihr finden wollt. Als Beispiel, wir wollen jetzt mal wissen, wo so ein Mammut spawnt und dann wird uns das hier angezeigt. In diesem Bereich können Mammuts sein. So viel mal dazu. Kommen wir zu Tipp Nummer 8 und zwar geht es da mal wieder um die gute Eide Kryo-Kapsel. Und ich empfehle euch jetzt einfach mal, so ein Ding mitzunehmen, wenn ihr ein Tier zähmt. Denn, wenn ihr beispielsweise den Giga gezähmt habt, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass der nicht unbedingt in der Nähe von eurer Base steht. Und der ist ja relativ langsam und auch sehr, sehr groß. Wahrscheinlich habt ihr einen Dino, mit dem ihr den Steller transportieren könntet. Deshalb könnt ihr euch den nach der Zähmung dann einfach in so eine Kryo-Kapsel packen, fliegt dann zurück zu euch in die Base und packt ihn einfach da aus und habt weniger Stress und spart Zeit beim Transport. Kommen wir zu Tipp Nummer 9 und da geht es mal wieder um den Otter. Den könnt ihr euch zähmen und der hält euch zum einen auch in kalten Gebieten etwas wärmer, zum anderen könnt ihr eben eine schicke Kopfbedingung aufsetzen. Und noch viel wichtiger, der Kollege kann Artefakte für euch tragen. Ihr als Überlebender könnt immer nur ein Artefakt der gleichen Sorte zur Zeit tragen. Der Otter kann aber mehrere davon tragen. Und zwar so viele, bis er einfach überladen ist. Ich habe jetzt schon zweimal hier das Artefakt des Brutalen drin. Ich selbst könnte das nur einmal in meinem Inventar haben. Der Otter aber eben so viele, bis er eben komplett voll ist. Das ist praktisch für euch, wenn ihr in Höhlen seid. Dann häufig spawnen die Artefakte schnell nach. Und wenn ihr euch in Otter mit reinnehmt, könnt ihr eben auf jeden Fall mehr als eins rausnehmen. Und könnt so den Boss direkt häufiger machen und müsst nicht so häufig in die Höhle gehen. Kommen wir zu Tipp Nummer 10. Und zwar geht es dabei um verdorbenes Fleisch und wie ihr das schnell bekommt. Verdorbenes Fleisch ist ja wichtig zum Leveln für Narkosemittel und generell auch wichtig für Narkosemittel. Ist ja nicht nur zum Leveln da. Und da würde ich euch folgendes empfehlen. Wenn ihr hier beispielsweise einen Stack habt, der ist jetzt bei mir noch zwei Minuten haltbar. Sagen wir mal, dass wir so 50 verdorbenes Fleisch haben wollen. Dann halbieren wir das Ganze mal einmal kurz und dann noch besser. Wir können den Stapel aufteilen und einmal alles aufteilen. Das heißt, ihr habt dann hier im Inventar 50 mal Fleisch. Das in zwei Minuten verfällt, beziehungsweise jetzt in 1,40. Wenn wir das Ganze einmal kurz beschleunigen, dann haben wir hier auf einen Schlag dann direkt 50 mal verdorbenes Fleisch. Und müssen halt eben nicht so lange warten. Bietet sich auch bei größeren Stacks an. Deswegen achtet darauf, wenn das Fleisch kurz vom Verfall ist. Und ihr braucht verdorbenes Fleisch, dann macht das einfach so. Ansonsten würde ich mich wie immer über einen Daumen nach oben freuen. Denn das hilft dabei, dass das Video auch anderen Leuten angezeigt wird. Und so kann der Kanal wachsen und so unterstützt ihr mich dann. Klickt auch gerne mal in den Shop von Finn rein. Ansonsten vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal und ciao.